Okay, wir haben mit ihr schon gesprochen. Sie hat uns auch bestimmt nichts mehr zu sagen. Ich habe im Moment keine Lust zu reden. Wir haben mit den beiden noch nicht gesprochen, mit dem Graf und der Gräfin. Äh, verdammt. Dann wollen wir jetzt zurückgehen. Gut, dann sprechen wir ihn mal an. Graf Andrini, ich vertrete Monsieur Hercule Poirot in dieser Angelegenheit. Darf ich bitte mit Ihnen sprechen? Ich verstehe Ihre Situation durchaus. Ich werde Sie nach Kräften unterstützen. Nein. Darf ich bitte Ihren Pass haben? Aber selbstverständlich. Rudolf Josef Andrini, 34 Jahre alt. Ein Diplomatenausweis. Und Fettflecken. Ja, ich gehöre dem ungarischen Beraterstab an. Ehefrau Elena Maria Andrini, 20 Jahre? Ja, wir haben erst vor einem Jahr geheiratet. 20 Jahre alt. Danke. Wow. Die scheint aber einen Tacken jünger zu sein als er. Jetzt habe ich nämlich nicht auf sein Geburtsdatum geachtet. Wissen Sie, um wen es sich bei dem Toten handelt, Monsieur? Wenn Sie seinen Namen wissen wollen. Der steht doch sicher in seinem Pass. In seinem Pass steht der Name Ratchet. Das war aber nicht sein richtiger Name. In Wirklichkeit heißt er Cassetti und war für die Entführung und den Tod eines Kindes in Amerika verantwortlich. Ah, das dürfte Licht in die Angelegenheit bringen. Na, der hat ja ein nettes Gemüt. Waren Sie je in Amerika, Monsieur Lecombe? Ja, ich war ein Jahr lang in Washington. Ein eigenartiges Land. War Ihnen die Familie Armstrong bekannt? Die Opfer der Entführung? Ja. Armstrong, Armstrong? Schwer zu sagen bei den vielen diplomatischen Empfängen. Man lernt so viele Menschen kennen. Tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Aber der hat gut geschlussfolgert, dass er gleich vermutet hat, dass das die Opfer der Entführung sein konnten. Können Sie mir erzählen, was Sie gestern nach dem Abendessen gemacht haben? Wir hatten das Abteil meiner Frau schon herrichten lassen, während wir beim Abendessen saßen. Wir gingen in mein Abteil und spielten Piqué. Gegen 11 Uhr begab sich meine Frau zur Ruhe. Dann richtete der Schaffner auch mein Abteil und ich ging ebenfalls zu Bett. Die haben getrennte Abteile? Sind Sie von dem abrupten Bremsen des Zuges nicht aufgewacht? Natürlich. Der Schaffner hat mir von der Lawine berichtet. Dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe sie beruhigt. Wann sind Sie in Ihr eigenes Abteil zurückgekehrt? Nun, ich bin gar nicht. Ich will damit sagen, ich wollte meine Frau nach diesem Schrecken nicht alleine lassen. Wir verbrachten die restliche Nacht zusammen. Oh nein, wie unanständig. Die beiden sind verheiratet und sie haben die restliche Nacht zusammen verbracht. Oh Gott. Ich erröte. Ist Ihnen sonst noch etwas Ungewöhnliches aufgefallen, außer dass der Zug stehen blieb? Nein, ich glaube nicht. Ich bin irgendwann kurz vor zwei Uhr eingenickt und habe bis heute Morgen durchgeschlafen. Sie haben den Tumult im Abteil nebenan nicht mitbekommen? Die Amerikanerin, die es belegt hat, hatte einen hysterischen Anfall und hat mehrmals nach dem Schaffner geläutet. Wann war das? Wann war das? Etwa 1.15 Uhr. Nein, ich fürchte wie... Ich habe nichts bemerkt. Hallo? Der hat so eine junge Frau und hat die restliche Nacht bei ihm am Abteil verbracht. Ich dachte, es ist doch kein Wunder, dass er müde gewesen ist, oder? Meine Schlussfolgerung auf jeden Fall. Rauchen Sie, Monsieur Lecomte? Nur gelegentlich Zigarren. Sie werden mir ständig angeboten, verstehen Sie? Aber ich mache mir nichts daraus. Das wäre vorläufig alles, Graf Andrini. Hm, komischer Mensch. Gräfin, darf ich Ihnen zum Tod von Monsieur Ratchet ein paar Fragen stellen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann, aber ich werde es versuchen. Waren Sie je in Amerika? Nein, Mademoiselle. Mein Gemahl war dort einmal im diplomatischen Auftrag unterwegs. Aber da waren wir noch nicht verheiratet. Welche Farbe hat Ihr Morgenmantel? Warum fragen Sie danach? Verzeihen Sie, als Detektiv muss man alle möglichen Fragen stellen. Er ist gelb, aus maisfarbenem Chiffon. Sind Sie wirklich ein Detektiv, Mademoiselle? Man hat mir erzählt, Sie arbeiten für die Eisenbahn. Naja, ich bin die Assistentin eines Detektivs. Das wollte ich damit sagen. Ist er ein jugoslawischer Detektiv? Ich glaube, er würde sich selbst als Weltenbürger bezeichnen, Madame. Wieso jugoslawischer Detektiv? Hat Sie was zu verbergen? Und so mal ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Momentan macht sie ja alles ganz alleine, während er kühl seinen Knöchel kühlt, ne? Wann sind Sie gestern Nacht eingeschlafen? Kurz nach eins, glaube ich. Ist Ihnen in der Nacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nachdem der Zug zum Stehen kam? Ja. Nein, ich glaube nicht. Sie haben nicht gehört, wie Mrs. Hubbard gerufen und geläutet hat. So etwa gegen 1.15 Uhr. Nein, das wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Es tut mir leid. Guten Tag, Madame la Comtesse. So tief schläft man doch innerhalb der kurzen Zeit nicht. Sie sagt kurz nach eins. Und der kann so genau sagen, dass er kurz nach eins eingeschlafen ist. Also ich könnte das nicht. Gut, dann haben wir die beiden auch befragt. Dann hätten wir hier noch sie. Der Schwarm des Körnels. Verzeihen Sie, wenn ich Sie störe. Das macht gar nichts. Wie Sie sehen, bin ich im Augenblick nicht gerade beschäftigt. Und ich weiß ja, dass Sie diesem komischen, kleinen, belgischen Detektiv helfen. Was kann ich für Sie tun? Ihr vollständiger Name, Wohnsitz und Alter, bitte. Mary Hermione Debenham. 32 Jahre. Ich habe zur Zeit keinen festen Wohnsitz. Hermione? Was können Sie mir über den Mord gestern Nacht erzählen? Leider nichts. Ich ging zu Bett und schlief. Sie wirken sehr entspannt. Sind Sie gar nicht beunruhigt über das, was passiert ist? Beunruhigt? So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Nein, ich kann nicht behaupten, dass ich beunruhigt wäre. Schließlich sterben alle Tage Menschen. Sie sterben, ja. Aber Mord kommt zum Glück etwas seltener vor. Waren Sie mit Monsieur Ratchet bekannt? Ich habe ihn gestern Abend beim Essen zum ersten Mal gesehen. Oh, vielleicht schon am Bahnhof. Ich weiß es nicht mehr. Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Ich habe ihn kaum wahrgenommen. Er wirkte auf Sie nicht besonders böse oder gemein? Ich habe mir ehrlich gesagt darüber keine Gedanken gemacht. Aber ob mir Mr. Ratchets Gesicht gefiel oder nicht, erscheint mir für die Aufklärung des Mordes eher unwesentlich. Wissen Sie, wer Monsieur Ratchet in Wirklichkeit war? Ich habe keinen Schimmer. Wer war er denn? Cassetti, der Mann hinter der Armstrong-Entführung. Das war eine abscheuliche Sache. Wo haben Sie Ihre Reise angetreten? In Bagdad. Was haben Sie dort gemacht? Ich habe dort für zwei Kinder die Gouvernante gespielt. Dafür, dass sie ruhig ist, ist sie aber immer ganz schön nervös am Rumkippen. Wohin reisen Sie? Nach London. Ich habe Bagdad hinter mir gelassen. Dort ist nicht viel los. Ich habe die Hoffnung, in London eine geeignete Stelle zu finden. Was können Sie mir über Mademoiselle Schmidt erzählen? Sie ist eine nahezu perfekte Reisegefährtin. Ruhig, höflich. Sie verehrt die Fürstin. Welche Farbe hat Ihr Morgenmantel? Ihr Morgenmantel? Er ist aus dunkelblauem Flanell. Hat Mademoiselle Schmidt in der Nacht das Abteil verlassen? Sie war bei der Fürstin und es wurde spät. Ich bin aufgewacht, als sie zurückkam. Ich weiß noch, dass ich dachte, sie kann gar nicht genug verdienen dafür, dass sie die halbe Nacht arbeitet. Es war 0 Uhr 38. Oh, ist ja mal eine gute Zeugin. Wie gut kennen Sie Colonel Abadmott? Das ist eine recht unverschämte Frage. Und ich werde darauf nicht antworten. Au revoir, Mademoiselle Debenhörn. So eine Antwort kann auch schon eine Menge aussagen, würde ich mal so meinen. Gut, im Speisewagen. Finden wir, wir müssten ja auch mit dem anderen Personal noch reden. Mit Klaus, mit dem Lokomotivführer mit seinen neuen Zehnen. Okay. Gut, hier sitzt noch keiner, logischerweise. Hier ist auch sonst nichts, ne? Nein, okay. Ein bisschen undefinierbar, aber sieht's schon. Diese Speisekarten sind ideal, um Fingertrücke zu sein. Ja. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie. Unter anderen Umständen sehr appetitlich. Aber ich habe im Moment keinen Hunger. Nichts aus, oder? Oder ein Tee? Sterling Silber. Natürlich. Ein schöner Tee wäre jetzt auch nicht schlecht. So zu später Stunde. Ah! Was war das? Wir haben mitgenommen ein Buttermesser. Okay. Ein silbernes Buttermesser. Der Griff ist aus Holz. Ein silbernes Buttermesser mit einem hölzernen Griff ist ja wieder ein bisschen gewöhnlich, ne? Wir nehmen aber auch mit, was wir kriegen können. Die Karten sind auf der Vorder- und Rückseite leer. Okay. Also wir können tatsächlich wieder Fingerabdrücke nehmen. Jetzt ist die Frage. Wir haben noch hier das Kohlepulver, ne? Wo? Klebeband. Da, Kohlenstaub. Papierservietten. Jetzt frage ich mich. Oh, das... Wie klingt das? Das ist Kohlenstaub, verdammt nochmal. Keine schweren Steine. Okay, vielleicht... Müssen wir das mit irgendetwas... Also irgendwas dazu haben, womit wir das bestäuben können? Bestäuben. Wir sind eine kleine Biene. Ähm. Ach so. Wir sollen bei den Leuten... Fingerabdrücke nehmen. Was heißt das? Dann müssen wir uns jetzt noch irgendwie so eine Tinte erstellen, oder was? Das finde ich jetzt aber... Oder müssen wir was mixen? Gute Frage. Wir gucken, glaube ich, erst mal weiter. Erst mal raus. So, kommen wir hier rein? Das ist die Küche, ne? Hi! Herr Klaus, ich habe gehört, dass Sie für das Essen heute Abend Olivenöl und Essig brauchen. Ja, diese dummen Gepäckträger in Istanbul haben nicht genug geladen. Ich werde mich blamieren, wenn ich das versprochene Wiener Schnitzel und den Kartoffelsalat für Graf und Gräfin Andreni nicht zubereiten kann. Ah, und... Unerwürdig. Was? Ja, doch... Wieso? Da hat... Ich meine, der war sehr aufgeregt. Ja, aber der war nicht unbedingt jetzt unhöflich. Sonst sei mal nicht so angezickt hier, ne, Mädchen? Da war doch ein Gepäckwagen. Da waren doch die... Die Fässer. Das verstehe ich jetzt nicht. Der hat doch genügend Essig und Olivenöl. Hier, da, diese Fässer. Ja, und können wir jetzt hier vielleicht... Wo sind denn diese komischen Dinger, die wir da im Wald eingesammelt haben? Da, Metalltrichter. Dieser Ausgießer passt gut. Die Klappe verhindert, dass vor dem Umdrehen etwas verschüttet. Das ist schön. So, Olivenöl braucht er auch. Oh, Honig lecker. Ähm, das heißt, wir haben ja noch einen gefunden. Hä? Hallo? Da. Dieser Ausgießer passt genauso gut wie der erste. Und jetzt können wir die Gläser benutzen, oder wie? Dann haben die jetzt endlich mal einen Nutzen. Tatsächlich. Sehr schön. Ich habe das Whiskyglas mit Essig gefüllt. Lecker, dann geht's auf X. Ähm. Glas Essig. Sehr schön. Ich habe das Whiskyglas mit Olivenöl gefüllt. Ja. Das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich würde das Olivenöl überall verschütten. Hä? Das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich würde den Essig überall verschütten. Ach so. Haben wir im Inventar. Okay. Dann würde ich sagen, bringen wir das jetzt dem Klaus, ne? Das ist jetzt so das Erste, was mir jetzt dazu einfällt. Der freut sich bestimmt. Wie ein Schnitzel. Ach Gott, ich bin ja so geistreich heute Nacht. Okay. Klausi. Äh. Äh. Oh, komm, komm, jetzt können wir da rein, ne? Gut. Brot. Jetzt kann man auch ein bisschen was mitnehmen. Du nimmst doch sonst auch mal alles mit. So, komm, steil es durchsuchen. Ja, nehmen wir alles schnell mit. Und schnell, bevor Klaus zurückkommt. Können wir hier noch was öffnen? Hier, irgendwas. Nein. Ich glaube, das sind Mehlsäcke. Gut geeignet, um Soßen zu verdicken. Und der Soße von gestern Abend nachzuurteilen, wird Klaus bis zum Ende dieser Reise beide Säcke aufbrauchen. Wie, war die zu lang und zu dick, die Soße? Spricht aber nicht gerade für einen guten Koch, oder? Oh, wir nehmen jetzt alles mit. Was ist das denn? Okay, sonst können wir nichts mitnehmen. Das sollte ich lieber zumachen. Ich möchte keinen Brennstoff vergeuden. Hier kannst du doch auch. Ich hab nichts anderes überratet. Das Hackeball. Und was haben wir hier noch? Noch irgendetwas da? Nein, 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 nein. Hier? Nicht, dass du uns gleich erwischt. In dieser Küche ist es so eng. Ich begreife nicht, wie Klaus das aushält. Das ist der Ofen, ne? Ja, ist gut. In dieser Küche... In dieser Küche... Ja, das glauben wir ihm auch mal eben, ne? Ob er das jetzt für seinen Kartoffelsalat braucht, oder nicht? In dieser Küche... Ist hier noch irgendetwas? Was ist... Eine leere Flasche Olivenöl und eine, die anscheinend Essig enthielt. Okay. Sonst nichts. Ich will nichts übersehen hier. Gut, was haben wir denn jetzt mitgenommen? Schüssel mit Küchenteig. Ah, ja. Ausgezeichnet. Das geht doch nicht über einen richtigen Küchenteig. Da kann man so richtig schönen Küchenkuchen davon machen. Eine Schüssel mit Kuchenteig. Er duftet recht gut. Es wundert mich, da kein Fleisch drin ist. Achso. Was soll das denn heißen? Und... Wo ist das Hackeball? Hackeball? Eine Bratensaftspritze. Orangensaft. Auch Orangensaft. Wäre jetzt auch nicht schlecht. Da. Das ist das Hackeball von hoher Qualität, das Klaus im Bazar gekauft hat. Mit diesem Hackeball kann man wahrscheinlich fast alles durchhacken. Okay, ist das ein Hinweis? Was müssen wir durchhacken? Wird das Ganze jetzt doch noch ein Horrorspiel? Wer weiß. Okay. Was ist mit dem Orangensaft? Große Karaffe mit frisch ausgepresstem Orangensaft. Können wir gleich mal... Oh, das war das Kohlepulver. Das scheint nicht zu funktionieren. In ein Glas vielleicht? Nee. Das passt nicht zusammen. Wir müssen das nicht. Okay, wir haben ja jetzt hier soweit alles. Dann gucken wir noch mal zu Klaus. Weiß ich nicht. Ach, ich hätte ja auch hier mit der Schnellreise sozusagen arbeiten können. Ich möchte Ihre Fingerabdrücke nehmen. Ach, na gut. Machen Sie schon. Äh. Ach. Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Oh. Jetzt nehmen wir von allen die Fingerabdrücke. Hahaha. Okay. Können wir sonst nichts mehr machen? Gut. Dann geben wir noch mal alle durch. Ähm. Warte mal. Es geht ja schneller hier. Speisewagen, Salonwagen. Na, die werden sich bedanken. Ich möchte noch einmal mit Ihnen reden, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich möchte Ihre Fingerabdrücke nehmen. Wie rührig Sie sind. Wie wollen Sie dabei vorgehen? Ich habe ein Schreibmaschinenfahrband dabei. Herrlich. Das ist ja alles ganz schön aufregend. Und das schmiert so schön. Ich hoffe, wir beschriften die auch alle. Das wäre vorläufig alles, Mademoiselle. Beschriften wir die auch? Äh. Fingerabdrücke da. Klaus. Mary Debenham. Sehr schön. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's ans Eingemachte. Die werden sich auch bedanken hier. Das wundert mich. Dass er sich nicht aufregt. Guten Tag, Monsieur Lecomte. Mir ist noch etwas eingefallen, nachdem ich sie verlassen hatte. Darf ich Ihre Fingerabdrücke nehmen? Ja. Schön kooperativ die alle sind. Das finde ich prima. Mal gucken. Guten Tag, Madame La Conte. Was sie dazu sagt. Hat es Ihnen Spaß gemacht, mein Abteil zu durchstöbern? Ich möchte Ihre Fingerabdrücke nehmen. Was haben Sie denn da? Schreibmaschinen, Farbband? Damit wollen Sie mir Tinte auf die Finger schmieren? Das war meine Absicht. Und wie soll ich sie danach sauber kriegen? Ich habe etwas dabei, um sich die Hände sauber zu machen. Papierservietten? Meine Güte, Schätzchen. Was für eine Billigermittlung führen Sie hier eigentlich? Danke für Ihre Kooperationsbereitschaft. Naja, ich habe mein Junior-Detektiv-Set nicht dabei, also muss ich halt improvisieren. So. Weiter geht's. Nicht immer so höflich, verdammt. Die sind alle potenziell verdächtig. Die sehen alle gleich aus. Das wäre alles. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal durch den ganzen Zug. Und nehmen die Fingerabdrücke. Fangen wir bei ihm an hier. Ja, die sehen alle identisch aus. Oh nein, eine Verschwörung. Die haben alle den gleichen Fingerabdruck. Na, der freut sich doch bestimmt. Hören Sie mal, was machen Sie denn da? Nichts. Nur Fingerabdrücke nehmen. Ich werde jetzt Ihre Fingerabdrücke nehmen. Ach ja? Na, dann machen Sie schon. Guten Tag, Monsieur. So. Aber das können wir schneller haben. Die sind jetzt hier. Dann können wir jetzt in den Kurs wagen. Und dann müsste der Masterman ja noch hier drin sein. Oh, da wäre noch etwas. Ich möchte Ihre Fingerabdrücke nehmen. Das ist eine recht schmutzige Prozedur, oder? Haben Sie etwas, womit ich meine Hände sauber wischen kann? Ja, habe ich. Servietten? Ein feuchtes Tuch übersteigt wohl Ihre Fähigkeiten. Naja, damit wird es wohl gehen müssen. Danke. Boah, was für eine Arroganz. Ätzend. Das wäre alles, danke. Gut. Dann McQueen. Ah, wieder etwas flirten. Oder dann Taschebumpf wühlen. Mir fällt noch etwas ein, was ich sagen wollte. Ich würde gern Ihre Fingerabdrücke nehmen. Würden Sie wirklich? Mit Vergnügen, ich meine. Aber natürlich dürfen Sie das. Ich halte Ihre Hand dabei. Da geht doch noch was. Ich danke Ihnen, Mr. McQueen. Aber er dreht uns immer den Rücken zu. Oh, mal die kalte Schulter. Das ist dieses Angelprinzip. Eine Leine lassen und wieder anziehen. Okay, McQueen. Schmidt. Oh, jetzt habe ich hier unschamanderweise tatsächlich zwischen die Brüste geklickt. Das wollte ich nicht. Ich möchte Ihre Fingerabdrücke nehmen. Wenn es sein muss. Oh, das war eine richtige Sammlung. Ich freue mich. So. Ah. Miss Olsen. Jetzt lege ich mal die Daumenschrauben an, Miss Olsen. Das ist aber müßig, ne? Ja, aber egal. Wir klappen jetzt nochmal alle ab hier. Ja, wegen dem Fingerabdrücke von Poro. Hihihihè. Vielen Dank.